Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man mit dieser Handorgel spielt und das ist wirklich ziemlich cool weil man kann auf dem Schiff stehen und einfach Musik spielen während der Captain fährt. Was ihr da machen müsst ist ihr müsst zu den Skillpunkten gehen und hinten diese Musiknote freischalten und dann ganz oben links diese Handorgel freischalten. Wenn ihr jetzt diese freigeschaltet habt müsst ihr weiter unten noch diese Notes freischalten weil man bekommt so Blätter wo man nachher Musik spielen kann. Wo man jetzt diese Handorgel machen kann ist in der Tannery. Da geht ihr einfach auf die Waffen und unten rechts sieht man schon da ist ein neues Symbol da. Das ist die Handorgel. Wenn man jetzt so eine gecraftet hat kann man die ins Inventar ziehen und dann muss man noch diese Notes haben. Wie man die bekommt ist wenn man Schiffe versenkt oder wenn man den Geisterschiffen folgt die lassen ja immer so Zeugs droppen. Was ihr jetzt machen müsst ist einfach die Handorgel nach vorne nehmen und dann seht ihr da schon der spielt ein bisschen Musik aber die hört man noch nicht gut. Was ihr jetzt noch machen könnt ihr könnt noch machen dass ihr eine ganze Band seid also das heisst 2-3 Spieler können mitmachen. Wenn ihr jetzt alleine seid drückt ihr hinten links da auf diese Taste und dann müsst ihr nachmachen was für Zeichen da kommen. Das ist richtig schwer ich habe gerade ein rotes Blatt erwischt das ist ja richtig schwer. Wie ihr gesehen habt habe ich da schon mal gefehlt und ja dann nehmen wir einfach mal ein anderes Blatt. Dann nehmen wir das hier dieses beige und ziehen die Note einfach unten auf das Scheißteil da auf das Musikinstrument. So wie ihr jetzt gesehen habt geht der Sand richtig ab und wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat würde es mich freuen wenn ihr meinen Kanal abonniert. Einen Daumen nach oben da lässt und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye Leute.